Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends Aram und mit dabei ist wieder die Hand! Die Hand! Die Hand! So, und wir spielen Ezreal easy peasy, das heißt, ähm, ja, die Creeps gehören uns. Das steht ja wohl außer Frage. Und ich fange mit Tränen an. Wer sich jetzt fragt, warum, weshalb, weswegen, der, weiß ich nicht. Weil ich will ja die Creeps-Waves quasi platt machen. So, der skaliert auf beides, der kann sich ja beim meisten, also fast zu 100%, äh, nicht ganz. Ja. Das mag ich dem weh machen, aber der Q ist halt, oder wie geht euch alles, das ist mega, das ist einfach gut. Ich brenne! So, da gibt's Schaden ins Gesicht. Ich brenne! Was er gut ist. Das wird nicht der letzte Gefallene sein. Ich meine, die haben hier. Ja, trotzdem, wenn wir eine Ulti haben. Ja, natürlich. Wir waves clean. Ja, wir fangen mal trotzdem Q, komm. Oh, der hat er fast auf die Fresse. Scheiße. Ah, nochmal getroffen. Nice. Blutsch hat's gemacht. Oh, nicht getroffen. Scheiße. Oha. Oha. Muss er sich mal ein paar Heels holen? Und wir haben fast Level 6. Haha. Holy moly. Oha. Ohau. Ich hab' noch Heelpots. Easy. Sehr schön. Oh mein Gott. Oh weh. So. Auf jeden Fall HP und Coole on Reduction. So hat die Creep Wave uns einfach. Weil ich muss ja mit den Creeps eigentlich auch fertig sein, bis sie ihre Türme zusammen hat. Also noch, also jetzt die Runde und nächste Runde auch noch. Ach, da bringt er jetzt nichts hier. Alter. Ihr lernt es aber auch nicht. Zack. Nicht einmal gestorben, ne? Na ja, schauen wir mal, was der Tag denn noch so bringt. Ah, da ist ein Creepenweg gelaufen. Sollte ich vielleicht mal ein paar Geals einsammeln und mal einen Pott nehmen. Mal was können. Und in ein paar Sekunden ist mein Ulti wieder ready. Na nü. Oh, Lee. Nee. Nööööööö. Scheiße. Noch mal einen Sprung auf Kuhlaun. Wir wollten ja eh mal sterben, ne? Kaufen wir uns mal eine Runde Ludels. Und dann kaufen wir uns hier noch ein bisschen davon. Und noch ein bisschen davon. Dann haben wir es auch schon wieder. Also ich wäre so weit, wir könnten wieder leben. Danke. Oh, der Push ist real. Und den Damage, den ich gefressen habe, auch. Äh, 31. Mach die Poppy nur noch. Ah, ich weiß, das ist immer so eine Kiste hier. Was? Oh, da kam eine Karte. Hat er nicht aufgepasst? MPNP. Oh, schön gerettet. Ah, ganz trotz nochmal rein. Ah, der war sehr, sehr schön aus. Dann kaufen wir uns Maschinen. Schuhe reicht immer noch nicht. Dann haben wir uns noch ein paar Heelpots. So. So. Hm, schade. Fast. Nee, fast. Fast aufgegangen. Ach so, ich bin in der Zeile verrutscht. Da muss ich mich nicht wundern, dass es ja eh nicht funktioniert. Ach so, ich bin in der Zeile zunimmt. ain fps- Punkt. 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 Alter, was ist denn jetzt hier los? Wie seh ich denn hin? Lalalalalalalalalaaaaa Oh! Tschüssi! Tschüss! 52 Oh, das Schild kam, sowas von Just in Time Mein Sprung war doch gar nicht ab, ich depp Ei, ei, ei Wollte ich nicht voll AP spielen? Irgendwie schon, ne? Naja, wird schon Ich hab mir mehr, da hast du jetzt erwartet irgendwie, naja Was willst du machen? Ulti, Brand sollte ich, nein Na ja, dafür ihn Was soll's So, dann kaufen wir uns noch Äh Kaufen wir uns auf jeden Fall noch das hier Und dann geht's wieder los Und coole Redaktion wollte ich kaufen, ne? Vollidiot Was ich mir nicht alles kaufen wollte, man, man, man Hm Was ist mit Was ist mit Oh, das ist mit Fass Es wird Was ist mit ich stehe sogar 630 und drehe ich eigentlich hier mehr oder weniger nur geprüft aber gut kommen wir doch das Hey, 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 hey. Oh, der Dimage is real. Zwar kein Mininer besteht, aber naja. Hallo. Ja, 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 ja. Ja, aber sie hat ja bis jetzt auch die meisten Engages gestartet und keiner ist mitgekommen. Auf K und being an ass, okay. Bist du am Start? Wollen die denn? Nein! Geh weg! Geh weg! So besaut. Pop-Prent for only cry. Die ist, glaube ich, die einzige aus dem Team da drüben, die wirklich, ja, doch, elf Kilt, sag ich doch, wirklich reingeht und auch wirklich versucht hat. Oh, der war schön. dit momelchen hat ja sowas von getroffen ob jetzt echt ja 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 weiß ich nicht so abklingt zeit verringerung uns das hier das abklingt zeit das abklingt zeit sehr schön mal los haben wir ja auch noch zur abklingt zeit echos wenn ich kann der garen noch so tanky sein und er kriegt auf die backe noch nicht ha 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 easy oh mein gott nein ich passe dich alter egal mein ulti ist raus kann ich wieder 40 sekunden rum leaschen ja mich ist die einzige wirklich aufräumt und dann sagen wir hier macht man hier report und so ein auto jetzt ging es dann los stimmt mit dir nicht na sie ist der läuft so jetzt habe ich wie viel prozent cooler lektion 25 40 das max ne ich denke mal 25 reicht auch mit dem schaden hast du nicht gerechnet mit dem auch nicht haha na wo willst du hin wo willst du nicht schon der poppy die gibt noch einen sack problem ist ja bei poppy auch dass die mit ihrer schwechste da immer ankommt wenn man übelst den schaden rauskopf der war schön was tf ist hier lol wie sie wieder überlebt natürlich waren alles ja logisch oder nicht inhibitor schreibt man alle der war die schwechste aaaah tschüss 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 auch gerade die karten blättern hören meine ich doch ach scheiße alles verkackt gerade wirklich alles ohne account schon wieder oh mein gott ja jetzt wartet man mit dem anschaut noch ein bisschen die doofel kuh hat es wirkt mich völlig aus dem konzept hier und so soll denn da ist doch direkt müssen was kaufen hier ich meine weil ich noch geld übrig habe hat mich drauf geguckt eigentlich würde ich mir gern das kaufen einfach mal gerade durch so haben wir seitdem und über 100 last hits da ist das schön hinterher gesprungen schön geflippert scheiß die wandern jetzt wird es aber Zeit los Das ist die nächste Gefallen, der Zeit. Hm. Lol. Ach du gehst mir um den Zeiger, ey. Potschen. Cool. Ja, 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 den wollte ich. Siehst du, er sagt auch, bring ihnen Respekt bei. Hm. Aber das wird dem Brand einer Lehre sein. Ich habe mich nicht so weit vorzutrauen mit so wenig HP. Jetzt rückt mein Ohr. So. Rückt nicht mehr. Komm, eine Ulti will ich aber noch abfeuern hier. Und da müssen Creeps sein. Da müssen Minions sein. Aber ihr seid viel zu weit vorne dafür. Oh, geht er jetzt hin? Vielleicht kann er nicht mit. Ich müsste da kommen irgendwo. Zappt's. Ey, das ist doch nicht wahr hier. Da ist der TF. Tachchen. Ins Gesicht. Ah, mal diese Inhibitoren. Aber noch kein, er hat mich jetzt getroffen. Okay. Easy. Hier wird nicht getanzt. So. Inhibitor. aber geschlitzt das letzte naja ist vorbei platz hat's gemacht und ja das war wieder eine erfolgreiche runde league of legends arm und da muss man rutschen oder konzentration bin ich etwas runtergerutscht so denke es ist ein switch machen so hat er gemacht so was haben wir an mini 125 mit abstand der meiste so wurde direkt gezielt ich hoffe 279 wir haben über die hälfte wir haben über die hälfte das waren drei spiele doch die minuten sich brauche bei mir waren minions da hattest du deins fertig mit den dings in den türmen er mit den tötungen meine ich glaube ich ja egal ich blicke hier eh nicht mehr durch und ja ihr werdet zwischen da sitzt man ist die zweite nein die dritte oder wie auch immer auf jeden fall werdet ihr richtig liegen ich falsch liegen und ich hoffe wir sehen uns dennoch in der nächsten folge wieder herzlichen dank an die hand und herzlichen dank an euch für das einschalten und fürs zusehen bis zur nächsten folge und